Ich guck mal, ob ich irgendwo das Krankenhaus finde. Hier könnte das Krankenhaus sein, oder? Ist das... Nee. Was ist die Bank of Liberty? Das sagte ich gerade erst von leicht, aber das... Ist es auch nicht. Das ist LCP, sagt er, weißt du. Lach nochmal. Ich mach mich in die Hosen, dann gehst du mal zum Weg, bitte. Das ist auch kein Krankenhaus. Das muss aber hier irgendwo sein. Ich kenne diesen Ort. Wir sind hier kürzlich erwacht, Freunde. Aber ein Päckchen, ich hab's genau gesehen. Okay, warte mal. Lass uns mal hier lang fahren. Das muss hier irgendwo sein. Verdammt. Was? Hier ist doch ein Krankenhaus. Ist doch das Krankenhaus hier, oder nicht? Ich kann mich schon daran erinnern. Bei GTA 4, was dacht ihr das Krankenhaus? Da vorne ist doch auch hell. Die sind. Also meine, der alte ranzige Tobi, der hat nichts in der Birne, ne? Ja. Jetzt guckt er aber blöd, ne? Jetzt guckt er blöd, Freunde. Pass mal auf, ich... Stopp! Stopp! Ja, klar. Richtiger Typ. Komm schon, Ampel wird rot. Ja, Mann! Jetzt rennen! Ey, der kann nicht rennen? Oh, komm, ey. Oh, krass. Guck mal, das seht ihr gar nicht. Guck mal, hier ist noch einer. Ja. Entschuldigung. War natürlich tragisch. Tragisch. Sehr tragisch. Ja, gut, die Leute müssen ja auch was im Gucken haben, ne? Schau mal vor, wie langweilig es ist, wenn hier keiner überfahren wird. Hä, die hat ja gar nichts zu tun. Will man ja nicht. Ach, scheiße, ich bin falsch abgewogen. Oh, leck mich doch mal im Arsch. Okay, fangen wir hier rum. Und den fahren wir doch mal hier rum. Dann fahren wir doch mal hier rum. Dann fahren wir doch mal da oben rum. Da fangen wir doch mal da oben rum. Da hat nichts Besseres zu tun. Guck mal hier. Gruppe 6. Diese Deutschen. Dinger, die die immer einbauen. Gruppe 6. Die GTA 4 war es aus Frankfurter Würstchen und die Frankfurter Sausage. Das ist schon immer ganz lustig. So, wir speichern gerade noch mal. Weil wir haben ja gerade Dings gefunden. Help. Und das wollen wir ja nicht. Wenn wir das jetzt sterben, ne? Und wir müssen laden, das wollen wir ja nicht. Nicht verbraten. So. Zack, zack. Reinen in den Stinger und Gibi. Wir können ja mal... Spaß jetzt aber wieder zum A fahren. Also zu Asuka. Weil... Wir wollen die ja nicht vernachlässigen. Und die wurden ja dort ein Blöcke weiter. Da können wir sich auch mal wieder angucken und hören, was die so zu sagen hat, ne? Nein. 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 Das ist nicht zu schön. Nein. Nein. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, oh. So, hey. Wie. Man. Tenner. Das kann ich. Vor allem mit der Munition, die wir da oben haben, sollte das eigentlich kein Problem sein. So, ich weiß es noch nicht, ist er oben auf der... Fährt er jetzt oben auf der Berücke? Ne, fährt er nicht auf der Berücke, ne? Ne, ne, fährt er nicht, fährt er nicht. Okay. Ich hab eben so... Ich hab jetzt vier Strikes wahrscheinlich kassiert. Ach guck mal, das ist hier... Ach, so ne Nummer ist das. So. Hä, voll der Lauch. Hm, ich laufe zu meinem Auto. Wunderschön. Na, ich fahr nicht mal selbst. Warum soll ich selbst... Ah doch, der fährt doch selbst. Krass. Wie er fährt. Mit Fjord. Was? Fjord, was? Okay, krass. Können wir das werden, wenn wir nicht überleben? Warte mal, warte mal. Wo ist er? Da. Um, Junge. Boah, das war knapp. Lol. Okay, das war richtig, richtig eng. Wenn er halt weggerannt ist... Nein, mein Auto. Ich sag, da ist voll der Lauch gewesen, Mann. Ich bin voll der Spaten, Alter. Äh... Okay, äh... Wir müssen... Ich... Mal einfach mal... Ach, ist falsch. Na egal. Scheiß drauf. Ey, da gibt's kein richtig oder falsch. Ist los mit euch. Ich wollte hier oben gar nicht sein. Wir müssen runter. Scheiße. Was ist hier los? Was war das denn jetzt? Ach komm, ey. Das ist doch... Ach, ist das ne Pisse, Alter. Oh, hier ist hell. Geil. Oh, oh. Hä, was ist das denn? Kannste... Man kann doch mal eben mit dem Auto die Treppe hier hoch fahren. Das ist doch jetzt wohl nicht das Ding, oder? Bitte. Sag ich doch. Okay, Freunde. Wir müssen zum Stadion. Ich... Ich lade jetzt nicht. Ich mach die Mission jetzt nicht nochmal. Wir fahren jetzt zum... Da war das Stadion, glaub ich, ne? Oder? Hör mal auf. Genau. Wir fahren jetzt zum... Zu dem Typen, der uns die Waffen verkauft. Und kaufen uns aber neue Waffen. Weil ich hab jetzt keinen Bock... ... nochmal... ... diese Mission zu machen. Bin ich ganz schnaffte, ehrlich zu euch. Da hab ich jetzt Bock drauf. Waren der Typen. Da war ein Baum. Ich lauf. Hä, das ist hier nicht... Scheiße, da vorne. Oh. Gehen sie mal weg bitte. Hallo, ich muss mein Auto hier wegfahren. Hä, der war doch hier irgendwo... Ach, da vorne. Okay. Gut. Boah, das Auto ist fürchterlich, was wir hier gerade haben. Das lässt sich ja überhaupt nicht steuern oder bremsen oder irgendwas. Irgendwas. Ich lass das nochmal hier stehen. So. Können wir uns da hinten auch... Ne, können wir nicht. Schade. Hätte ich gerne gemacht. So. Wie viel Schuss haben wir? 240? Ich hätte gerne ein bisschen mehr. Yeah. Yeah, man. Yeah. Okay, geil. So, damit gehen wir jetzt speichern. Wie gesagt, ich habe jetzt kein großes Interesse daran, das jetzt nochmal zu machen. Bin ich ganz ehrlich, verstecke ich mich auch nicht vor. Ist nicht so meins. Guck mal, Barack's OL. Das ist also das private Fahrzeug von Barack Obama. Alles klar. Barack, ich musste ein Kompliment machen. Das ist wirklich ein schönes Auto. Exorbitant. Wirklich. Ein sehr hübsches Fahrzeug. Guck mal, kaum fahren wir damit rum, fahren auch noch mehr von denen rum. Das ist halt auch früher so diese Software gewesen. Voll nice. Fährst mit einem Panzer rumfahren, auf einmal fünf rum, weißt du? Wenn du mir überlegst, früher war das halt nice so, weißt du. Und heute... Heute muss halt alles unique sein. Das muss alles irgendwie perfekt berechnet sein. Das muss sich alles abwechseln. Das ist auch ganz wichtig. Das muss sich alles abwechseln. Das darf sich nichts wiederholen. Weil sonst ist die Open World sofort dröge und... Was sind denn immer noch verboten? Dröge und einfallslos und langweilig. So. Wie wird das denn immer beschrieben? Finde ich voll krass. Wenn du halt überlegst, dass früher... Ist halt so künstlich hier quasi gewährleistet worden, dass hier quasi... Ja, was los ist auf der Straße, weißt du? Finde ich immer lustig. So. Ein kurzes Aufnahmepäuschen gemacht. Wir schaffen uns mal hier wieder unseren Trecker. Und wo fahren wir da jetzt mal hin? Das A gibt nicht mehr. Das haben wir hinter uns gelassen. Jetzt können wir zum R eigentlich wieder fahren. Was ist denn hier los? Das ist... Das ist... Das ist... Erregung öffentlichen Ärgernisses. Das wisst ihr auch nicht, was ihr da macht. Auch wenn das nur eure Autos sind. Das macht man trotzdem nicht. Hier fett ausholen. Oder rein in die Augen. Warte mal. So. Warte mal. Sehr gut. Mädchen... Das war knapp. Wow. Okay. 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 Das war... Brennende Beweise. Der Motor Sound hat... Der Motor Sound. 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 Der Motorikum. Ja. Im Pig zurück neben demº1g abnormal. lm�네. 2 Jahre. 四 haft und den Motorherdn. Wenn du die araber年st... Festival Marketing Trink. 없는 subway entdecken. would you worn it a train and collect it all a little bit of evidence as it falls out. When you got it all leave it in the car and tauch it. We are both going to do pretty well out of this kid. Yeah. Okay. Okay, okay. Ist halt schade, dass man die Kohle halt hier fast gar nicht reinvestieren kann. Man kann hier nichts machen eigentlich. Ich nehme mal nicht das Auto. Ich glaube, das ist dafür nicht so gut geeignet, weil es einfach zu langsam ist. Das hört sich doch gut an. Stopp. Fahrzeugkontrolle. Ja, ja, gehen wir auch sein. Tschüss. So. Fahr'n wir da mal hin? Also, ich hab' zugehört ausnahmsweise. Wir müssen Autoraben, Beweise sammeln und dann das Auto anzünden. Aha. Da war'n ja schon. Da war'n wir auch nicht fast wie drauf, ach. Junge Junge, aber das ist ja nicht hier. Da kann man gar nicht ran, Alter. Nein. Das ist nicht gut. Scheiße. Richtig am Togen gedriften, der Boy. Vor der Kurve wird das nixmal, wollen wir da hin? Nixmal. Ich bin wieder nixmal. Alter. Ähm, hallo? Loll. Ja, klar. Was? Weil die beiden zwei Sterne gekriegt haben gerade. Was? Boah. Arschloch. Das, der mit dabei hat mich jetzt nicht gerechnet. Nicht ehrlich bin. Ich dachte, der fährt wieder links rum. Okay. Als ob das nicht gereicht hat. Okay. Weg. Ich hab' hier. Ich muss ja was machen. Hallo. Geht doch mal weg. Boah, für eine Mission, Alter. Ja, der Kopf hat getan. Null. Äh. Alter. Wie komm' ich denn jetzt hin? Ja. Okay. Okay. Könnte sein, dass wir gleich mal das Auto switchen müssen. Aber ich glaub' das Auto macht's nicht mal lange. Scheiße. Boah, der mit seinen Kurven hat die ganze Zeit, ne? Jungs, warte auf damit. Finde ich jetzt nicht lustig. Ey. Okay, wir bauen noch zwei Stück. Shit. Boah, ich hab' natürlich das Auto, was einem kaputtesten von der Alte ist. Shit. Boah. Wir können gleich kriegen wir's trotzdem hin. Das wird richtig gedamaged, das Auto. Das wird richtig gedauert. Hä? Hä? Zauber. Boah, was für ein Abfahrt. Boah, was für ein Abfahrt. was für ein Abfahrt war immer. Bye! Okay. Fahr mal hier rein. Stopp! Okay, gut. Das haben wir gut gemacht. Kann man absolut nicht meckern. Ich lauf mal Geh mal nach Hause. Geh mal nach Hause Digga. Achso, warte mal. Das ist in die falsche Richtung. Wir können mal ein bisschen spazieren gehen Digga. Ne, wobei. Hab ich ja nicht mehr Bock drauf. Aus. So. Okay, wir haben jetzt ein R, D und ein K. Äh, ein D auf der Map. Ich weiß jetzt nicht, was ist D nochmal? Keine Ahnung. Für was das D steht. Ich weiß es nicht. Ähm, hier haben wir speichern. Zack. Wonderful. Okay. Easiness. Und splattern wir hier mal die Karre rein. Hui. Und dödeln mal los. Ähm, wo gehen wir? Ja, zum R. Ach, komm. Vielleicht haben wir den R-Typ. Dann machen wir jetzt noch ein bisschen über dem. Die Missionen sind zwar relativ schwer, also die sind echt harterweise. Aber dann haben wir die vielleicht gleich durch hier. Das wäre nice. Ähm, hallo? Hallo? Äh. Ah, tödliche Bootsfahrt. Oh, wir müssen wieder auf Wasser. Geil. Ich glaube, mein Partner ist ein Ratt. Wir müssen ihn permanent schlafen. Er geht aus seinem Boot, nahe der Lighthouse auf Portland-Rod most nights. Steh auf dem Police-Boot. Make sure, dass seine Rückstabbing-Planzen sind gesunken. Ich will ihn schlafen mit den Fischen, nicht sie essen. Okay. Klau ein Polizeiboot. Gut, die Nummer hatten wir ja schon mal. Die Nummer mit dem Polizeiboot kennen wir ja bereits. Das sollten... Okay, hier kommen wir nicht rum. Warte mal. Hier vorne müssten wir aber rauskommen. Easy. Da geht's raus. So. Äh, wie gesagt, das Polizeiboot gibt's natürlich wieder an diesem Pier. Wacht, das sind, was ich gerade mache? Ich weiß es nicht. Aber ich... Hoffs. So, hier wieder... Ah, hier hieß es wieder der Straße. Äh, wir müssen irgendwie links... Da kommen wir mal lang. Warte mal. Ich seh da dort. Da sieht doch ein Blinder mit einem Krückstock, dass du hier langkommst, ey. Jawohl. Okay. Jetzt müssen wir da runter. Eigentlich. Aber ich weiß nur, wie kommen wir da runter. Wahrscheinlich irgendwie... Ach, hier. Ja, hier waren wir doch schon mal. Ja, nice. Äh, wie kommen wir da nochmal runter? Okay, das will ich jetzt ungern machen, weil ich weiß, dass das eh schief geht. Deshalb hier bin ich auch noch. Okay, zum Beispiel das Polizeiboot halt irgendwo hier. Da drüben ist ne Treppe. Ich seh's. I see it. Au. So. Spididi. Alter, warte mal. Oh. Boah. Äh, das ist halt... Glaube ich sogar... Äh, das ist hier gar nicht. Mach ich nur das Peckchen trotzdem mit. Toll, das ist hier gar nicht. Ach, eigentlich doch. Ist halt da drüben jetzt. Oh. Boah. Komm, Alter. Das ist ja jetzt, äh... Mann, ey. Gut. Mal da rüber. Ärgerlich. Wo kommen wir hier... Ist zwar kein SUV, aber sollte klappen. Hoffe ich. Ich guck. Ich guck. Okay, wir müssen irgendwie... Warte mal, wir sind doch hier gerade durch so'n Weg gefahren. Warte mal, war das hier? Ich will irgendwieľkruhще live. Na, waspassen, man weiß nicht. Ja, aber ich weiß nicht mit diesem System, wir sehen einfach nach.